so so hilft nichts ich brauche ein schwert so stellen wir einfach mal schnell da hin und dann machen wir mal noch ein eisenschwert die erschwert einmal noch nicht das würde ich gern dann verzaubern endet hier hinten an der gang wo geht er noch weiter heilige scheiße hier ist ende nein 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 gerade halten hier können wir noch weiter aber diamanten scheint wir hier keine mehr zu haben wir haben ja bisher echt gar keine gefunden ganze arbeit für keine diamanten ich will doch nur diamanten ich will doch nur die ich bin gerade so spontan dazu wir werden von zombies gefressen irgendwie sowas in der art auf jeden fall werden wir die diamanten alle verlieren das kann ich jetzt wo ich schon erschrocken das kann ich jetzt schon sagen wir werden die alle verlieren aber vorher nehmen wir noch mal ein bisschen gold mit und können eigentlich mal hier die pflastersteine hier lassen und das roten flash so hier war mal zu oder sollte man vielleicht fackel aufhängen wenn wir das machen aber hier scheint nichts mehr zu sein soweit ich an der ganzen kohle und so schon vorbeilaufen brauchen wir die doch eigentlich auch redstone brauche ich unbedingt das nämlich nur für die erfahrung mit nämlich schnell level 30 haben und dann wird verzaubert freut mich jetzt schon drauf verzaubern ist das geilste ich glaube wir haben auch noch gar nicht genügend bücher wahrscheinlich wir haben schon relativ viel rinder abgefarmt für ihr leder wir wollten ihn ans leder also eigentlich vielleicht reicht es ja doch so hier geht es hoch aber ich so das skelett auch noch abgetötet so hier nutzen wir mal erde so ach hier kommen wir glaubt her aber hier waren wir noch nicht geht es noch mal runter älter das ist eine kranke höhle einfach nur aber ich würde sagen danach machen wir uns auch auf den heimweg ich habe jetzt keine ahnung wie lange wir schon in der höhle sind aber wir haben so viel zeug und alles gesammelt ich möchte nur noch level 30 machen und danach will ich hier raus so ach wir brauchen ja auch noch lava wer hat noch da hinten irgendwo so ein lava becken ich hoffe mal das finde ich wieder noch mehr erfahrung noch mehr redstone und dadurch noch mehr erfahrung ja so ein komplettes höhlensystem hier unten ist einfach nur krank dieses riesige system komm verschwinde so gut und den rest können wir eigentlich so abtöten beziehungsweise einfach so und so so hi fledi so nö da ist doch nicht schon wieder so ein spawner goldbahn kann man mitnehmen eisen lassen lassen wir da kohle nehmen wir mit was ne ist doch schon wieder so ein spawner scheiße dann können wir hier lang und hier ist ende hm okay dann versuche ich mal mich auf den heimweg zu machen wo die spinnen sind möchte ich schon gar nicht mehr rauskriegen was die kohle kann man noch mitnehmen kohle da kohle hier kohle da kohle hier kohle noch mehr kohle noch mehr kohle noch mehr noch mehr noch mehr aber ist schon recht nice was wir hier finden vor allem an kohle so wir sind voll können wir irgendwas liegen lassen die fäden weil ich meinen bogen haben wir jetzt der ist zwar nicht ganz neu aber it reached it reached so hier noch mehr erfahrung level 30 sind wir schon drüber das heißt wir haben eigentlich das erfahrungslevel und alles was wir wollten boah habe ich dich gerade für eine spinne gehalten boah paranoid ja so hier geht es runter da von da kommen wir wir kommen von da oben ich erinnere mich von hier kommen wir so jetzt müssen wir noch rauskriegen von wo wir weitergehend kamen genau hier und dann sind wir hier nämlich lang gelaufen nämlich ohne haar weil ich bin ja nicht dämlich Kommen wir von hier Hier waren wir doch schon Wo waren das Lava-Becken, das wir gefunden hatten Genau, hier war das Ich glaube, wenn wir da rüber gehen Da kommt gar nichts Aber hier war irgendwo ein Lava-Becken, das weiß ich noch ganz genau Und das Lava-Becken würde ich gerne mitnehmen So Nur wo ist es hier unten? Verarschen Aber nein, da ist hier kein Lava-Becken, da ist hier gar nichts Ne, hier waren wir noch nicht, deswegen gehe ich da auch nicht rein Hier wollen wir ja hier rausfinden und uns nicht noch weiter hier drin verirren War hier das Lava-Becken? Zack, äh Was war das mal weg? Ach, wir haben so viel Redstone So Das Gold würde ich gerne mitnehmen Auch wenn es eigentlich nichts bringt Und jetzt brauchen wir vier Diamanten Den Zugang zum Netter würde ich uns noch nicht gewähren Scheiß Lava Sondern ich möchte erst mal Ja, weiterkommen Mal ganz kurz Ich bin mir gerade nicht sicher Habe ich vorhin vier Diamanten gesagt Oder vier Obsidian Ich meine natürlich vier Obsidian So, dann bräuchte man vielleicht noch Noch einen freien Inventarplatz Dann nehmen wir halt die Knochen da hier raus So So 1 Komm, geh weg Ach, verdammt, jetzt habe ich auch zu sehen Ob sie die Anabbauung ist so nervig Zwei Äh Ja Achso, bin fast in die auf Kuh gekommen Das erklärt's Drei Und einen noch Komm, 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 komm Yeah, vier Ich bin gerade überlegen Ob wir doch noch mal ein bisschen was mitnehmen Nicht viel Aber vielleicht hat es noch für ein Portal reicht Und möglicherweise noch für eine Ender Chester So, jetzt werden wieder ein halbes Feld Obsidian Dann würde ich das jetzt halt mal ein bisschen Obsidian abbauen Was kann man denn in der Zeit erzählen? Hm Mal ganz schnell was ausdenken Wieso habe ich eigentlich mein Schwert fallen lassen? Haha Äh Ja, wie wäre es mit Höhlenmenschen Klingt jetzt gerade extrem blöd Aber ein bisschen passt sogar zu Minecraft Wenn wir jetzt überlegen Höhlenmenschen Die hatten ja damals auch fast gar nix Die sind quasi auch neu gespawnt Mit Level 0 Und nix in ihren Taschen Und mussten sich irgendwie durchsetzen In einer Welt voller Zombies, Creeper und Skelette Also von Tieren Und Wie die auch heraus Äh Es geschafft haben Da ihre Werkzeuge und so zu machen Das finde ich ja echt faszinierend Wenn wir überlegen Dass die ja wirklich aus nahezu nichts Einfach nur aus Stein Tatsächlich Werkzeuge gemacht haben Also quasi das Was wir hier in Minecraft machen Nur in Real Life Das würden wir heute Das würden die heutigen Menschen Äh Das ist richtig tiefe Lava Das würden die heutigen Menschen Schon gar nicht mehr gebacken kriegen Weil wir einfach so an dieses Moderne gewöhnt sind Quasi auf etwas klicken Und wir bekommen es Dass wir Ich hatte rein Einmal Wasser Genau Da so Dass wir wahrscheinlich Gar nicht mehr zurechtkommen würden Mit der heutigen Gesellschaft Und allem So Jetzt machen wir es mal so Dass wir hier mal ein bisschen Wasser ausschütten Und dann haben wir keine Probleme Mit Lava und Obsidian Komm Zack Also ich persönlich Finde das sehr interessant Könnt ihr auch mal Eure Meinung unten In die Kommentare reinschreiben Das ist diese komische Box Die nie von euch benutzt wird Und wenn sie mal benutzt wird Da freue ich mich dann richtig Also richtig Also richtig richtig Aber irgendwie wird sie ja fast Gar nicht genutzt Aber auf jeden Fall Da könnt ihr es ja mal reinschreiben Mich würde es extremst interessieren Und ja Es gibt noch was Was mich jetzt extremst interessiert Und zwar Wie viele Obsidian haben wir 17 Bisschen nehme ich noch mit Dass wir vielleicht noch ein bisschen Vorrat haben Für eine Ender Chest Oder sowas in der Art Nicht für viel Nur so für so ein paar Sachen Komm Und hier auch noch Das hier noch Komm Es ist immer so eine Nervenstrapazierende Arbeit hier Vor allem die Geduldsnerven